WordPress und künstliche Intelligenz ist natürlich eine Leidenschaft von mir, denn es wird meinen Job wahrscheinlich ändern, vielleicht auch wegrationalisieren, man weiß es nicht, aber deswegen möchte ich dir heute ein Tool zeigen, was wieder mal auf meinem Schirm gelandet ist, nämlich ZipWP. ZipWP ist eine Möglichkeit, dass du eigentlich, steht drauf, in 60 Sekunden eine Webseite mit künstlicher Intelligenz sozusagen erstellst, das Ganze aber mit WordPress und diesen Prozess möchte ich mit dir heute mal durchgehen und ich möchte mir mit dir die Ergebnisse einfach direkt anschauen. Ich habe das in der Vergangenheit schon mal getestet und war überrascht, wie gut das ist und bin jetzt gespannt, ob das genau in unserem heutigen Video genauso gut ist. Das heißt, sobald ich dann meinen Account erstellt habe, wähle ich da noch den Free Account auf. So, jetzt habe ich noch meine E-Mail-Adresse verifiziert und im Endeffekt kann ich jetzt, wenn ich hier das Wegklicke, das Tutorial, auf Create New gehen und eine komplette Webseite erstellen. Das heißt, ich muss zuerst auswählen, welche Sprache ich haben möchte. Da nehmen wir natürlich Deutsch und dann sage ich zum Beispiel ein Business. Wir können das natürlich für Restaurant, Organisationen, Personen, Produkte und so weiter nehmen und müssen dann eigentlich nur eingeben, zum Beispiel, ich werde das jetzt anhand meines Cases machen, Colber Media und jetzt müssen wir beschreiben, um was es hier geht. Das heißt, dann können wir hier auch, wenn wir das einfach nur so kurz eingeben, Improve mit AI auswählen, dann würde das wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen verbessern. Ich habe jetzt da einfach eingegeben, also der hat mir das um einiges verbessert, ist ein Innovative Web Design Agency specializing in creating stunning WordPress-Websites, wie der Sharp-Fokus und Aesthetics und Funktionality passt. Lassen wir jetzt mal so dastehen, dann gehen wir auf Continue. Also das ist sozusagen die Beschreibung deines Businesses. Kann natürlich sein, dass du ein Restaurant hast, kann sein, dass es etwas anderes ist. Und jetzt schauen wir uns an, welche Bilder ich denn verwenden möchte. Hier gibt es ein paar Stock-Bilder, die ich ganz gut finde. Ein paar werde ich wegnehmen. Das heißt, ich werde jetzt eher welche ohne Person nehmen, die da nicht wirklich reinpassen. Das nehme ich auch weg. So. Nehmen wir dann noch ein paar dunkle Bilder dazu. So vom Ton her. Dass die irgendwie in der gleichen Form vielleicht vorhanden sind. Und dann gehe ich auf Continue. Das heißt, er sagt mir hier auch, hey, such dir die Bilder aus, such dir die Beschreibung aus. Sagen wir, um was es geht. Dann die Kontaktinformationen. Hier gebe ich tatsächlich einfach nur meine Kontaktinformationen ein. Telefonnummer gebe ich keine ein. Adresse sage ich jetzt einfach Österreich. Der würde das gleich hinzufügen. Social Media können wir auch gleich hinzufügen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel YouTube nehmen. YouTube.com slash Nikolaus Kolber. Und dann gehen wir auch schon weiter. Und dann können wir hier auch schon die Struktur für unsere Webseite auswählen. Das ist natürlich super wertvoll. Weil, genau, wir haben ja eine grobe Vorstellung, was wir vielleicht an Services haben wollen. Und wie das Ganze aussehen soll. Ich werde das nehmen, was mich so als erstes anschaut. Die schaut mich zum Beispiel ein bisschen an. Dann werde ich diese Struktur hier auswählen. Wenn man da drauf bleibt, habert das auch sozusagen vom Seiteninhalt nach unten. Da sehen wir so im Groben, was das Ganze kann. Und der Aufbau gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch die Hierarchie ist da gegeben. Genau. Auch wenn das vielleicht ein bisschen mehr nach Anwalt jetzt im ersten Moment ausschaut. Wir können natürlich hier aus verschiedensten Dingen wählen. Das hier ist zum Beispiel auch ein bisschen dunkler mit einem Hintergrund. Das heißt, das könnte man sich auch noch überlegen. Ja. Ich bleibe jetzt mal bei dem Design, weil es geht ja auch wirklich darum, dass ich dir einfach zeige, was es geht. Hier geht er dann nochmal auf die Details ein. Das heißt, was habe ich eingegeben? Die Description, den Namen und auch die Kontaktdetails. Und dann sage ich ihm hier einfach Start Building the Website. Jetzt bin ich gespannt, was das Ergebnis ist. Ich habe das schon ein, zweimal probiert und war eigentlich, wenn wir so eine Basic-Seite anschauen, wo wir sagen, da fließt jetzt nicht so viel mit rein. Also sprich, jemand möchte eine einfache Webseite haben, relativ schnell und kostengünstig, ist der ZIP-WP echt relativ gut. Das ist noch im, sieht man auch hier links oben, noch im Alpha-Stadion. Das heißt, es ist noch nicht endgültig released, aber es funktioniert schon wirklich gut. Und ich kann dir auch nur empfehlen, dass du das ein bisschen testest. Ich bin generell von der Firma, die auch ZIP-WP gemacht hat, die haben unter anderem eben auch das Astra-Themes gemacht. Ich habe auch schon auf dem Kanal mal über Shoot Triggers gesprochen. Die haben auch noch so ein paar andere Dinge, die wirklich gut sind und bin mir da auch ziemlich sicher, dass das Ergebnis jetzt relativ gut sein wird. Und wir uns das auch direkt anschauen können und hier auch dann noch ein paar Anpassungen machen können. Und dann haben wir eigentlich in zehn Minuten eine wirklich solide Webseite wahrscheinlich, die wir auch nutzen können. So, jetzt sagt uns, unsere Webseite ist fertig. Das heißt, wir können hier die Webseite aufrufen, beziehungsweise hier auch unten auf Customize Webseite klicken. Dann müssen wir das nur kurz mit OK gegenprüfen. Ich habe aber gleichzeitig auch eine E-Mail bekommen, wo ich mich dort einloggen kann mit meinen Infos. Und hier sehen wir jetzt auch schon die Webseite. Das heißt, was hat die AI hier gemacht? Sie hat echt das gemacht, was wir uns vorstellen wollten, beziehungsweise konnten. Das Ganze ist, ja, eigentlich solide. Wir schauen jetzt nochmal kurz an, wie schaut die About-Seite aus, die Practice-Area-Contact-Seite. Schaut eigentlich wirklich solide aus. Also ich bin jetzt echt überrascht. Wenn wir jetzt mal kurz auf die Installation schauen, schauen wir mal ganz kurz, mit was er das aufgebaut hat. Also genau, mit Spectra, das ist, glaube ich, auch ein Thema von ihnen. Die haben gewisse Blocks und auch einen Pop-Up-Bilder. Das geht so in die Richtung, ein bisschen eine Konkurrenz sozusagen zu den anderen Page-Bildern, die da draußen so sind. Und hier kann man auch eben mit vielen Blocks und Extensions arbeiten. Und diese Extensions oder diese Blocks macht es eben möglich, dass wir überhaupt so eine Struktur sozusagen mit WordPress an sich bauen. Und wir kennen das von Elementor und anderen Page-Bildern. Die haben natürlich Elemente für sich. Und können da jetzt aber natürlich reingehen und auch sagen, wir passen das alles so an, wie wir das möchten. Das heißt, das ist zwar mit dem Gutenberg-Editor und jetzt nicht mit Elementor oder sonst irgendetwas. Aber das an sich ist die Möglichkeiten, die wir haben, enorm. Wir können hier natürlich die Farben anpassen. Hier gibt es auch schon fixierte Farben, beziehungsweise Farben, die wir hier nutzen können, die schon hinterlegt sind. Wir können dann direkt den Text hier ändern, sagen, wir bleiben bei dem oder belassen das. Die Texte jetzt hier in dem Fall, obwohl wir gesagt haben, dass es German sein soll, ist jetzt auf Englisch. Das heißt, da müssten wir vielleicht im Prozess des Aufbaus nochmal genauer nachschauen, ob das gut ist oder auch nicht. Wir können das jetzt alles anpassen, wie wir wollen und hätten dann eigentlich schon die Webseite an sich innerhalb von weniger als 10 Minuten fertig. Wir haben die Startseite, wir haben Kontakt, wir haben Practice Areas. Es ist eine einfache Webseite, die natürlich als einzige Problematik vielleicht noch, dass wir uns echt noch ein paar Dinge überlegen müssen, dass das alles gut funktioniert. Aber ansonsten ist das wirklich schon solide. Wir haben jetzt hier im Dashboard rechterhand Move to Host. Was das heißt, ist, dass wir diese Webseite auch exportieren könnten. Das heißt, wir könnten mit dem All-in-One-WP-Migration-Plugin das installieren und die Webseite exportieren und dann im Endeffekt wirklich zu einem echten Hosting-Partner auch schicken, was natürlich eine richtig coole Sache ist. Und wir können uns jetzt auch nochmal anschauen, mit welchem Theme haben sie das gebaut? Wahrscheinlich auch Astra. Das heißt, sie haben Astra im Hintergrund und mit Spectra im speziellen Fall das nochmal aufgebaut. Wenn wir uns da anschauen, Spectra-Plugin sehen wir hier, das ist ein kostenloser Bilder, der sozusagen für das auch genutzt wird, was offensichtlich auch ZipWP hier nutzt. Wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen zu ZipWP, sehen wir auch hier, dass wir alle Seiten aufgelistet haben. Das heißt, wir können dieses Projekt hier auch nutzen, exportieren etc. Wir können auch eine komplette Webseite nochmal machen. Das heißt, wir können hier nochmal versuchen, ob er das uns in Deutsch auch nochmal machen wird. Ich mache jetzt Restaurant und nicht mehr was anderes. Der Name wird sein Insta-Restaurant. Vielleicht müssen wir hier auch die Beschreibung reingeben. Ein einzigartiges Restaurant, das einzigartige Speisen aus aller Welt anbietet. Schauen wir mal kurz, ob wir das mit der AI improve können und vielleicht bleibt er dann auch beim deutschen Text. Insta-Restaurant ist ein kulinarisches. Ja, okay. Vielleicht ist das auch der Fehler gewesen. Das geht da nicht ganz aus der Beschreibung raus, dass wenn wir das Ganze auf Englisch machen, dass das ein Problem ist. Gut, jetzt haben wir die Bildauswahl nochmal. Die werde ich jetzt mal so beibehalten. Gehe hier auf Weiter. Sage auch hier nochmal TestedTest.de. Ja, dann gebe ich dir nochmal meine Nummer rein. Adresse ist Österreich. Social Media lassen wir jetzt mal aus. Wobei wir können Instagram hier als Hashtag reingeben und können auch LinkedIn als Hashtag reingeben und auch YouTube als Hashtag reingeben. Einfach nur, damit wir sehen, wo diese Links hinterlegt. Jetzt kriegen wir dann wieder die Auswahl dazu, wie das Restaurant denn aussehen könnte. Das heißt, wir können hier uns auch nochmal anschauen, was er da macht. Also das, was mir auffällt, sind einfache Layouts. Also sprich jetzt keine großartig spannenden Layouts. Aber ich denke mir für den einfachen Vorgang, dass wir mal eine Grundstruktur haben, auf der wir aufbauen können. Oder wenn man sich einfach mal anschauen will, in welche Richtung es gehen kann, finde ich das ausreichend. Ich werde dir jetzt kurz noch Zeit geben und dann schauen wir uns noch das Ergebnis von der zweiten Webseite an. So, nun ist die zweite Webseite fertig, die Restaurant-Webseite. Und hier gebe ich jetzt wieder den gleichen Prozess ein, dass ich einfach okay eingebe. Und tada, wir haben tatsächlich sogar einen deutschen Text diesmal bekommen. Das heißt, achte bitte darauf, wenn du das Ganze jetzt dann ausprobierst, dass du genau die Beschreibung auf Deutsch reingibst, dann kommt das da auch dazu. Aber ich bin ehrlich, ich muss sagen, das ist abseits des Textes willkommen bei, das man jetzt anpassen will oder anpassen könnte. Aber da könnte man zum Beispiel mit ChatGPT nacharbeiten und dadurch sozusagen die Webseite nochmal solider machen. Ist für den Anfang, wenn ich daran denke, wie meine Anfänge auch waren, wo ich noch keine Ahnung von Screen-Designs hatte und wenig auch von Web-Design gewusst habe, kriegt man da schon relativ schnell einen Eindruck, was da funktioniert. Und wir können da auch wirklich ganz normal WPA-Admin eingeben, damit wir auch auf die Installation kommen. Können das hier dann auch nochmal kopieren, unsere Seitensachen, die wir haben. Das heißt, Passwort und so weiter, das können wir natürlich nachträglich auch nochmal alles anpassen. Aber die Realität sieht so aus, das Einzige, was mich jetzt noch interessieren würde, ist auch, wie schnell die Dinger sind. Das heißt, dass wir nochmal kurz überprüfen, wie schaut ein PageSpeed von dem aus. Rein theoretisch, wenn das mit Spektra gemacht ist und mit dem Gutenberg-Editor am Ende des Tages, muss das eigentlich eine schnelle Webseite sein, würde ich sagen. Und die PageSpeed-Insights werden sicher auch gut sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, auf welchen Servern das liegt. Das heißt, das ist natürlich etwas, was man dann wegziehen muss. Aber wenn euch das interessiert oder wenn du jetzt zuschaust und sagst, hey, das interessiert mich extrem stark, dann könnten wir eigentlich mit diesem Tool, das heißt ZipWP, und dem Transportieren von einem zum anderen Hosting tatsächlich eine Webseite daraus machen und haben in kürzester Zeit wirklich alle Möglichkeiten. Da steht jetzt noch kurz, diese Webseite ist temporarily closed. Okay, das heißt, es ist noch nicht wirklich die endgültige Webseite, die müsste man dann wegziehen. Aber es geht eh darum, also dieser Move-to-Host-Button ist eben dafür da, dass man diese Seite dann exportieren kann und dann auch in einem eigenen System wieder importieren kann. Das heißt, da geht es wirklich darum, dass wir bei ZipWP eigentlich die Webseite bekommen und diese dann wohin ziehen, wo wir wollen. Das heißt, die bieten jetzt kein Hosting an oder sonst irgendetwas, sondern wir haben eigentlich unsere Websites, die wir hier drinnen liegen haben, können die nutzen und können das auch zu einem Projekt hinzufügen, können das Ganze löschen. Wir können das weiter nutzen und können natürlich auch eine Blank-Website erstellen. Genau, und können uns da auch nochmal anschauen bei den Projects. Da können wir es eigentlich nur nutzen. Und die Usage ist hier mit Drafts, Sites und so weiter. Das heißt, wir können hier den Plan, das kostet dann 399 pro Jahr, was jetzt unter Anfangszeichen nicht günstig ist, aber dafür, dass man kostenlos das Ganze mal nutzen kann, finde ich schon sehr gut. Ist aber, wie gesagt, eigentlich für so einen kurzen Boost eigentlich schon mal ganz gut. Mit Astra und in Kombination dann mit Spectra, einfach um das ein bisschen nach vorne zu bringen, ist das schon richtig, richtig cool. Ja, ich glaube am Ende des Tages, so als wenn wir das jetzt uns anschauen, wir haben in kürzester Zeit eigentlich richtig cool etwas aufbauen können und können da wahrscheinlich auch mit diesem Material arbeiten. Natürlich ist der Prozess dann, bis das Ganze fertig ist, bis man das live geschalten hat und so weiter, trotzdem nicht weniger Arbeit. Aber es gibt einen diesen Initiativen-Kick und auch die Struktur, an der man sich mal vor allem in kreativen Phasen, wo man vielleicht nicht so kreativ ist, vielleicht einfach behelfen kann, indem man hier eine Webseite aufbaut. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und mich würde es auch sehr, oder ich finde es sehr spannend, wenn du mir unten auch in die Kommentare reinschreibst, hast du schon mit künstlicher Intelligenz und AI, beziehungsweise AI an sich gearbeitet? Was sind deine Erfahrungen? Hast du Tools genutzt, die vielleicht spannend sind? Ich werde jetzt noch ein paar mehr Videos dazu machen und aber auch noch klassische Webdesign-Videos, die einfach die Branche auch natürlich betreffen. Aber ich bin immer gespannt, wenn es neue Tools gibt, dass man die ausprobiert. Gerade im WordPress-Bereich finde ich das super spannend. Ich werde auch in Zukunft noch mal ein bisschen mehr über WordPress und 6.4 sprechen. Und wenn dich solche Themen interessieren, lass mich das gerne auch in den Kommentaren wissen. Und ich würde mich natürlich auch super freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und auch die Glocke aktivierst, damit du auch immer eine Benachrichtung bekommst, sobald ich ein Video hochlade. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Erstellen mit ZipWP und wir sehen uns im nächsten Video.